Und nun kommt ein junger Mann aus Ägypten, junger Mann, weil gerade erst mal 18 Jahre hat er hier in Wiesbaden bereits zwei Springer gewonnen, einmal einen zweiten Platz, war zweiter im Vier-Sterne-Grandbrief von Anwerb und Gepursung und kommt hier wieder mit seiner Nummer eins mit Affinieren vom Fingern, Abdel-Zaichin, Ägyptisches. Anwerb und Gepursung Anwerb und Gepursung Anwerb und Gepursung Anwerb Vielen Dank.